Ich nenne dich jetzt einfach nach dem Jinn, Strato. Hat keinen besonderen Hintergrund. Kiesel habe ich ja schon vergeben. Strato? Nein! Chicken, hör auf, sie zu verschreiben. Ich werde unbesiegbar sein mit meiner Evoli-Armee. So, gibt es hier noch was anderes außer Evoli? Oder gibt es hier nur Evoli? Wie hoch ist die Chance für Evoli, bitte? Komm, lass uns noch eins fangen! Nein! Feli-Nara ist alive! Ich könnte angeln. Ich könnte angeln! Was habe ich eigentlich hier für alles? Detektor. Könnte ich auch mal benutzen. Vielleicht. Wie funktioniert der hier? So wie üblich. Warum sollte der auch hier anders funktionieren? Tchikö. Dorepi! Ich weiß es nicht. Wann bekomme ich eine bessere Angel? Niemals. Niemals. Wie auch immer dein Name nochmal war. Hallo. Also der deutsche Name rede ich jetzt von. Ey Chicken, du hast sie in beiden Formen. Und du weißt ihren Namen nicht. Und. Firefox, hast du keine Lust mehr zu reagieren? Oder wieso lässt du mich nicht ins Suchfeld? Um den deutschen Namen zu suchen? Schiebung. So. Baskulin. Ah, Barschuft. Hallöchen, du kleiner Schuft. Aber ihr seid doch von der gleichen Spezies. Auch weil ihr verschiedene Farben habt. Das ist voll rassistisch und so. Das ist voll rassistisch. Ein Extremely Reckless Pokémon. Voller Rassist. Ich sollte dich eigentlich Rassist nennen. Nein, zumindest nur die ersten drei Buchstaben. Was? Cool. Nein, Rasskul. Rasslik. Rasslin. Das hört sich so weiblich an. Lin. Blond. Fisch. 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 Rasskul. Fisch. Ja, ein Schüpp. Wir sind jetzt ein Schüpp. Rasskul. Und vielleicht noch irgendwas Böses hier. Rasskul. Mit Aufrufungszeichen. Damit alle sehen, wie bedrohlich du bist. Rasskul. Rasskul. Goldini. Ah. Goldini. Für den Pokédex-Eintrag kann ich es ja mal fangen, ne? Tini. Es ist sogar weiblich. Goldini. Das ist Porno-Pokémon schlechthin. Warum ist ein Goldfisch so porno-haft? Ich weiß es nicht. Was ist da noch drin, wenn ich gerade davon rede? Warum? Goldini, was ist los mit dir? In the springtime, schools of Goldini can be seen swimming up falls and rivers. Its meat has out straggling damage with its single horn. Weil es horny ist im Frühling. Ich werde es bereuen. Ne, warte. Nicht Hörnchen. Wie schreibt man Croissant? Ich hatte immer so eine Schreibweise. Croissant? Ich habe keine Ahnung. Croissant. Du bist jetzt ein Croissant. Fragt einfach nicht wieso. Ich benenne meine Pokémon gerne nach Lebensmitteln. Eiscreme. Salat. Jetzt hier Croissant. So, mal gucken. Ist alles so richtig? Ja. Croissant. Wieso bist du im Team gelandet? Du gehörst nicht zu meinem Team. Geh weg. Ah, ich habe die Teamboxes draufgelassen auf dem Bildschirm. Also als Hauptbox. Letzte verwendete Box. Jetzt sind die ganzen neu gefangenen Pokémon da drin. Wart. Trächt leer geangelt, oder? Wieso kommt niemand mehr? Ach, komm schon. Ich sollte das Will von dem Croissant wegmachen, sonst bekomme ich noch Hunger auch, wenn ich vollen Mittagessen hatte. Da kommt mal was, wenn ich gerade abgeleckt bin. Mann! Ich sollte nicht angeln, wenn ich gerade in die Hit gucke. Für wieder Barschuft. Für wieder in Rot. Tschüss. War in einem anderen Gebiet eigentlich auch noch Wasser? Weg, du Rassisten-Pokémon. Ich hätte es im Spitznamen Human geben sollen. Es gibt auch so einige Menschen, die auch gerne rassistisch sind. Können wir nicht einfach alle in Frieden leben? Wir gehören doch alle zu derselben Spezies. Ist doch egal, wie wir aussehen. Da oben war noch Wasser. Los. Was? Warum darf ich hier nicht angeln? Warum nicht? Ach. Game over. Wieso game over? Spiel vorbei. Ja, game over chicken. Das heißt, Spiel vorbei. Aber game over heißt doch, dass man verloren hat. Ihr habt nicht verloren. Oh nein. Was macht ihr alle hier in der Box? Verzieht euch. Meine Box. Die Evoli-Armee. Hm? Sechs Stück. Wart mal. Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara, Glaciola, Fuliporba. Da sind sieben. Habe ich jetzt irgendjemanden übersehen? Fuliporba. Glaciola. Psyana. Blitzer. Flamara. Nach Tara. Ach, da bist du. Aquana, versteck dich doch nicht. Hüsse. Hat er sich versteckt? Eiskalt. Hätten wir das auch jetzt hinter uns. Jetzt nur noch diesen einen Typen finden, der... dem ich... dem ich... Salat zeigen muss. Weil Salat stärker kann. Die Frage ist, wer ist das? Wo ist er vor allem? Ne, du hast mehr... Meinst du nicht. Ne, du hast den mit den Briefen. Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Hü-hü-hü. Hü-hü-hü. Hast du das? Nein, du warst immer noch der mit der Liga. Blablabla. Du musst die Liga alle in Anhieb schaffen. Trau. Liga. Skilled. Bitch. Eikäke, kann du bist ein Wörter! Hast du das? Ja. Oh, you Salat learn strength! That's great! I have a gift for you! Blablabakik's. Blablabakoki will heal all status problems und ist billiger als Hü-ber. Heiler. I buy it from an old lady in Berry Village. That village is very far from here. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir haben ja schon mehrere Punkte gesehen, wo wir stärker einsetzen konnten. Hier irgendwo in dieser dunklen Höhle? Wie hieß sie? Da ist der Flower Shop. Irgendwann. Wenn ich Dings habe. Zerschneider. Das ist eine Lüge. Alles eine Lüge. Diese Dark Cave ist gar nicht hier drauf eingezeichnet. Warte. Da brauche ich Surfer. Wir könnten ja einfach nach Habu Test Town gehen. Weil hier Route M und N ist. Searound City. Ja, gehen wir einfach mal hier hin. Einfach mal. Weil wir sowieso ja schon hier fast in der Nähe sind. Hust, Hust. Dann helfen wir mal April wieder zurück in sein Haus zu kommen. Hallo. Skorgler. Ich bin dich ja auch schon ein paar Mal begegnet, ne? Gute Nacht. Oh, Rita. Ich liebe dich mit deinem Facettenauge. Ihr könnt dich einen Skorgler nennen. Wenn ich es gefangen habe, Chicken. Wenn. Skorgler. Batman. Aber du streckst mal die Zunge raus. Du bist ein Flugskorpion. Von deiner Art. Flugskorpi. Uh. Aber da passt ein Batman nicht dazu. Ich könnte dich Skorpi nennen, aber... Ne. Wie hieß nochmal der Protagonist von Just Cross 2? Skorpi. Irgendwas mit Skorpion. Because... Was hat der mal gesagt mit seinem... Hier, Chaos ist das Zauberwort.